Prozent oder mit ganz herzlich willkommen zu einem naja klein special und zwar ehrlich gesagt ein wenig langweilig und wir haben irgendwie total Bock was aufzunehmen deshalb machen wir hier mal ein kleines bestell mit dabei ist der jonas hallo hallo oder hier ja war wir spielen die die pvp mehr ich das glaube die pvp mehr morgen mehr wirklich geiler Name würde ich will oder würde mir wahrscheinlich nicht besser einfallen und Prozent genau das wird es glaube ich und das ist ja weil ich kenne mich da nicht so gut aus also auf der März sind drei Wolle verteilt weil die muss man einsammeln also ich möchte ich zeig mal ganz kurz die Map falls man das sieht ja und die muss man da oben hinbringen in die zwei Häuser hier und da da und da und das ist so etwa die Map da unten ja genau genau ich mache noch ganz schnell bei mir tut sich auch nix Nö. Durchbauen? Ja. Okay, komm. So. Oh, hier sind schon mal Kisten. Nein! Oh lol, wie viel Sa... Alter, was ist da alles drin? Wer Grundausrüftung hat. Was brauch ich Schien? Keine Ahnung. Ich kapier's nicht ganz. Scheiß drauf. Ah, da drüben seh' ich Jonas. Leute, da oben is' ne Kiste. Äh. Äh. Wie lang dauert das etwa? Weiß man da irgendwas? Nicht so lang. Nicht so lang? Kommt drauf an, wie nubig wir sind, oder? Ja, wie nubig du bist. Ja, okay, gut. Also, wenn ich gewinne, dann staut's nicht ganz. Lol, hier sind ganz viele Stöcke. Und wir müssen nachher die Dinger da hochbringen, Alter. Ja. Hier ist Futter. Und wir dürfen uns auch nicht zum anderen rüberbauen, ich ja klar. Okay. Wow. Okay, lol, da ist ne Kiste. TNT, auch nicht schlecht. Oh oh. Komm, schwimm. Hey, seit wann kann man eigentlich Kisten öffnen, die über Closedone stehen? Oder unter Closedone? Hä? Keine Ahnung. Stimmt. Lol. Egal. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Weißt du schon etwa, wo die Kisten versteckt sind, oder? Ja. Das ist jetzt... Nämlich genau, aber... Das ist jetzt scheiße. Ja, ich weiß auch nicht genau, also... Olof, der ist in... Olof, Ulof. Ulof, Ulof. Du kattest auf meiner Seite bitte, hier gucken, wo die sind. Ja, eben. Hab ich ja auch. Holst... Werdof, ist doch gar kein Haus. Das Schuloge, dessen Füllen. Ohlof, da kann ich runter. da schnittlich steht was da drin und was ist das Ziel noch mal drei Wolle einzusammeln und die dann auf dem Berg zu erbauen und die Treibur legt es eben hier bewusst worden die die sind in Kichten also drei verschieden das ist so weh es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt ganz viel was wollte den Kack wir haben bessere Richtungen okay jetzt pass mal auf jetzt kommt Matrix 17 hier ich probiere mal was hm was machst warte gleich hörst wieso hören hast du nicht gehört Null da hat's grad bum 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 gemacht oder TNT weg hier weg hier weg hier weg hier okay hier sind ach so sind die Kisten nicht versteckt sondern die gibt's schon oder wie nicht versteckt ja sind die Kisten versteckt oder sind die nicht versteckt weißt was ich mein ne weil ich kann ja ich hab ja TNT und das kann ich ja kann ich ob ich da was wegbomben muss weißt so zu sagen um die Thron zu finden wo das wo das drin ist ne müssen musst du das ne okay also die sind oft in den offenen Kisten drin ja klar wo bist du bist du an der Oberfläche ne ich brauch Stein und ganz viel Stein ich muss da irgendwie durch nein was hab ich gestoßen haha lol ja lava da war lava hä aber warum beim Versuch mir zu entkommen keine Ahnung okay Jonas hast du Angst vor mir ja haha oh man wo war da lava keine Ahnung sag ich nicht warum ey kannst du Regen ausmachen warum leck das nö aber egal mach einfach sieht doch schön aus wenn das so schön schneit es schneit nicht es regnet hey das schneit aber bei mir ja du bist im anderen Biom das ist ja auch kacke oh ne jetzt fangen die Monster an oder jetzt sind hier Monster oh oh fuck nein was wo kacke oh 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 fangen die weg zu so ich hätte die Ofen da oben mitnehmen sollen wo nein nein scheiße wo die weg Skelett die weg ja mich hat gerade auch eins getroffen aber ich weiß nicht von wo oh schnell weg ich hab kein Holz he 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 Tage ich brauche jetzt Stein bei dir schon was explodiert das war nicht bei mir doch ne doch ne bei mir aber auch nicht lol ne bei mir war es auf keinen Fall ne was hab ich da rausgekriegt Lohnen Routen ok oh ich hab kein Essen mehr ich hab vielleicht am Anfang mehr Essen mitnehmen sollen nicht dumm Kopf ja ich auch nicht ok also also es ist glaub eigentlich ne 1 gegen 1 oder man kann zwar im Team machen ok ok also man muss nicht unbedingt ja wir haben jetzt leider bloß ähm keine Mitspieler gerade gefunden die jetzt in die Uhrzeit schon wach sind besser gesagt boah ich hab jetzt Sicht bei dir auch winzig echt ja ich bin bei Lava in der Lektzeit oh ja wo bist du sag ich nicht boah nee ich kann klein immer rennen du bist bei Lava du bist da unten ne oh du bist ganz da unten bei dem Eis ja warum bist du ganz da unten wie kommst du da hin bitte ja runtergegangen das ein Dias boah ich hab keine Werkbank ich hab kein Holz mitgenommen ne oh mein Gott ok das ist jetzt richtig nubig das war jetzt richtig nubig einfach mal Holz vergessen ok 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 was ist denn vorgeschrieben wie für wie lange etwa keine Ahnung ne Stunde ne so lang wahrscheinlich ne das kommt halt echt drauf an wie die Spieler sind ja klar ja so was war hier nubig drin ok 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 nein verkackt nein 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 haha Mann ich fall immer in die scheiß Lava ey ach so bei dem bei dem Ice Jump & Run oder? ja so alles was ich mal nicht brauch tu ich da jetzt mal rein na das brauch ich vielleicht noch das brauch ich nicht doch das brauch ich auch das brauch ich nicht das brauch ich auch nicht war nur wegen den scheiß Läcks ey ja tut mir leid Jonas Mann hm warst du schon bei den Dias? ja echt? ja ich sehe wobei dir noch überall die Dias rum aber egal doch ich war also es gibt ja auch mehrere Dias ach so oh der Quieper war doch bei mir ja sag ich doch hab ich aber gar nicht gesehen oh 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 was ist denn hier aber keine Wolle vielleicht ach kacke ich sag ja bloß vielleicht ich sterb hier die ganze Zeit ich sterb hier die ganze Zeit wo ist denn weg alter also ich sehe ja bei dir dass du bei dem Raum da drüben nur nicht warst im ohne ja da 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 und da und da ich habe keinen Platz mehr, was lasse ich denn jetzt da, das da, was lasse ich noch da, fuck, den Helm zieh ich mal auf, ok, los geht's zurück, höh, jetzt bin ich eingesperrt, Skelett, geh weg, komm, ich schub das jetzt runter, mach das, tschüss, da, zombie, geh weg, Skelett, geh weg, Creeperd i weg, oh komm, doch, abnormal, arschlo, arschlo, so, jetzt ist es auch noch nacht, echt, ja, so, dann so, dann so, dann so, Dann vielleicht noch so. Äh, so. Dein Ernst jetzt? Ja. Alter. Immer die scheiß Tiere und dann eh schon scheiß Leben. Wo bist du? Bei Lava, mehr sagt ich nicht. Warum will ich schon das unbedingt schaffen? Weil da ich was wertvolles. Ah, okay, du weißt also schon, dass da was wertvolles ist. Ja. Ich bin so blöd. Ja. Gott, bin ich blöd. Nein, ich bin auch blöd. Ach, kacke. Ich glaube, du sollst das Ice Jump'n'Run nicht machen. Oh. Ach, wenn du sagst, dass da was wertvolles ist, dann ist da bestimmt Dings. Dings? Ja. Ähm. Dann ist da bestimmt eine Wolle. Ich weiß noch mehr was, aber es ist was wertvolles. Ja, dann ist's Wolle. Egal, ich will das jetzt einfach schaffen. So. Alter, mein ganzes Inventage voll gemüllt. Jetzt hab ich das Holz nicht dabei, Alter, ohne Witz. Oh, oh. Oh, oh. Wieso leckst du? Weiß ich nicht. Ich hätte nicht aufnehmen sollen. Tz. Oh, Mann, schon wieder. Manu. Ja, bei mir steht aber nur nichts dran. Weil. Ah, jetzt. No, viel aus der Welt. Ja, ich bin rausgesprungen. Ja. So. So, dann nochmal. Und nochmal. Okay, es reicht genau. Hm. So, da kommen jetzt alle solche Sachen rein. Das zum Beispiel, das da. Dann geh ich nochmal. Also zum anderen rüberbauen ist verboten. Ja. Okay. Werde ich natürlich auch nicht machen. Ja, ja. Ich bin so blöd. Kenn dich ja. Hm? Du wirst dich rüberbauen. Das weiß ich nicht. Warum soll ich mich rüberbauen? Keine Ahnung. Ich bin nicht scheiße und mach das. Gibt's zu diesem Lava-Labyrinth einen Eingang oder hast du dich da hingebaut? Hier gibt's einen Eingang. Okay. Ich hab jetzt mein Schwert vergessen. Ach du Scheiße, 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 ach du Scheiße. Wo bist du? Sag ich nicht. Ja. Wenn's du nicht sagst, sag ich's auch nicht. Manu. Ich blündere hier gerade bloß alle Kisten. Ach so. Deshalb. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. So. Ich sollte hier mal vielleicht kein Licht aufstellen. Gemälde, für was denn bitte, Gemälde? Ja, manchmal mach ich echt scheiße da. Nee, aber für was? Keine Ahnung. Ich sag ja, scheiße halt. So, das brauch ich alles nicht. Das brauch ich nicht, das brauch ich nicht, da, da, halt. Erstmal Kisten sortieren. Ach, du lernst. Ja. Wieso sortierst du Kisten? Weil ich geil bin. Nee. Okay. Gibt's den sauberen Tisch. Sag ich mir, sag ich mir, sag ich mir ein Schwert gemacht. Warum eigentlich? Weil du gesagt hast, das ist PvP. Geil. Ja. Es muss nicht sein, dass PvP so viel ist. Bisschen vielleicht. Lol, da ist ne Leiter. Dieser scheiß Parcours kackt mich grad an. Das ist ein Skelett. Ach du Scheiße. Dieser Kack-Parcours. Ja. Hä, wo ist da mit den Eingang, Jonas? Muss halt selber finden. Ja, ich guck bei dir einfach drüben. Ja, guck halt. Ja. 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 Toll, schau bitte. Wow! Okay. Werfer? Wat? Warte, ich will mal gucken, wo du bist, ob ich dich sehe. Fuck, ich seh dich nicht. Fuck. Oh, nicht schlecht. Ach, egal. Ach, egal. Echt? Nee. Das wär doch cool. Das ist ein Creeper! Was? Ein Weeper. Ein Creeper! Weeper. Boah, Alter, hab ich mich erschreckt. Aber eigentlich kann ich gar nicht mehr sterben. Mann. Lol, ganz hinten ist hier auch noch mein Haus. Ja. Fuck, jetzt hab ich keine... Alter, fuck, jetzt bin ich gleich im Arsch. Wenn da keine Steine irgendwo sind. Oh, zwei Creeper. Okay, du warst da hinten. Alter. Ich hab' zu mir gehört. Er war bei dir drüben. Mach mal Schnee aus. Oder Regen. Warum denn? Weil, dann leckt's weniger. Ach so, warte. Warte, den Befehl hab ich irgendwo noch? Okay, bei uns, Paul. Ja. Ja, hier. Okay, 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 leckumio. Wow! Wow, leck, 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 leck. Wow, fuck. Wow, fuck. Wow, Alter, hab ich mich erschrocken. Alter. Alter. Ich hab' mein Brot jetzt in die Kiste gelegt. Alter, ey, Gott, bin ich. Jonas, ich bin so verpeilt, ohne Witz. Ja. Oh. Oh. Ich hab' zwei Brot gefunden. Jetzt geht's wieder nach... Jetzt geht's wieder nach oben, jetzt geht's wieder nach unten. Hä? Was zum Treffel? Das soll ich dir was sagen. Ehrlich gesagt will ich hier gar nicht sein. Da. Oh, fuck, Mini-Zombie, Alter. Nein, Creeper! Oh, ich hab' ihn gehört. Ganz viel Brot! Wo geht's jetzt da runter, bitte? Alter. Äh! Wo kam da ein Zombie her, bitte? Äh! Schaden. Schaden! Alter, das ist gut, dass man bei... Aber ist auch irgendwie kacke, dass man bei dem anderen immer abgucken kann. Ja, aber sonst wird man's ja nie finden. Ja, gut. So, diesmal schaff' ich's aber. Äh, lol, ich hab' hier ganz viele gelbe Wolle. Muss ich jetzt noch eine mitnehmen, oder alle? Okay. Eine, falls du nur mitstirbst, dass du dann noch ein paar andere hast. Achso, dann nehm' ich mal ein paar mit. So. So. Ach, das sind die Räume, wo die Wolle ist. Okay, okay, okay. Hast du jetzt gerade mal eine Wolle oder sie? Ja. Okay, gut. Tom, wie flasch' du? Doch, keine. Echt? Ja. Doch, du hast schon welche. Nee. Doch, du hast welche. Nee. Wirklich nicht? Nein. Oh, fuck, nee. Du kannst ja bei mir gucken, wo die Wolle ist. Ja, ja, klar schon. Alter, der Weg, der war ja nicht ohne. So. Und dann muss ich einfach drei Wolle dahin platzieren, und dann ist das Spiel automatisch aus, oder was? Ja. Okay, okay, okay. Okay, nicht sterben. Nicht sterben. Nein, 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 halt, halt, halt. Scheiße, die Brücke, weg. Geweg! Mein, oh, alter, oh, alter, ich hab's gesehen. Hey, wie zum Fick soll ich jetzt hier rauskommen? Okay. Okay, 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 okay. Was bringt mir eigentlich der Lohnstab? Ja, keine Ahnung. Oh, ich bin jetzt gleich tot. Jawohl. Weiter so. Ich bin noch gar nicht gestorben. Oh, was hab ich hier? Direktheilung. Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab halt kein... No building past the red... the bedlock line. Aha. Hä, was heißt das jetzt? Triple, triple, scheiße, geh weg, geh weg. Fuck. Wie soll ich bitte da unten hinkommen? Oh, nee, keine Skelette, nein, nein, nein. Ge weg. Ah, guck mal, ich seh dich. Wie, 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 was ist das jetzt? Hä? Okay, ich glaub, da... Oh, 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 ich hör ganz viele Spinnen. Echt? Ja. Oje. Alter, muss ich jetzt echt ohne Witz das Jump'n'Run machen? Das muss man machen, ja. Hä, die Schilder stehen bei mir aber auf der anderen Seite. Nein! Die stehen falsch herum. Wie meinst du das jetzt? Die Schilder stehen bei mir falsch rum, als ob man von der anderen Seite kommen müsste. Wie bist du da hin, hast du dich hingebrötet? Nein, ich bin von oben gekommen. Ich bin das Wasser runtergegangen. Oh mein Gott. Ich werde dir einfach alles explodieren. Wow. Hilfe. Du hast gesagt, am Ende des, 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 des Jump'n'Runs. Ja. Da stehen doch Schilder. Keine Ahnung. Hä, dann, hä, hab ich das Jump'n'Run jetzt falsch rum gemacht? Ich kapier's nicht ganz. Weil die Schilder stehen bei mir andersrum, als ob man von der anderen Richtung kommen müsste. Äh, wie meinst du das jetzt? Warte. Hei lol, hier gibt's nix. Vor allem frage ich mich, wie man zu dem hinteren Raum kommen soll. Der Raum ganz hinten. Ich hab keine Ahnung. Nein, 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 nein. Du kämpfst gegen Skelette, oder? Mhm. Hä, wie bist du da reingekommen? Hä? Wie bist du denn bitte da reingekommen? Jonas? Kann grad mehr. Nein. Wee. Nein. Nein. Ich kapier nicht ganz, wie du da reingekommen bist. Egal. Ich bin da einfach reingelatscht. Ey, wie machst du das? Wurde, sticht du da überall durch, hat denn nie. Nee, wurde mir echt null durch. Ja, also. Nee, nee, ich mein, wie bist du zu diesen Nähter-Stein da gekommen? Ja, einfach reingegangen, man. Ja, wie? Ich hab da keinen Eingang gefunden. Da kommt man so leicht rein. Ich hab da keinen Eingang gefunden. Die vielleicht die Eingang von der ganzen Map. Ja, schon. Wie denn? Die einfach reichen. Was heißt einfach rein? Ja, zu dem Eingang. Ja, wo ist der? An der Oberfläche. Ja, ich hab das. Ja, ja, wo? Ach so, das Loch. Oder was meinst du? Ja, schon. Ach so. Das hab ich nicht gesehen, da war ich nur nicht. Oh, wo? Nein, 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 nein. Ach so, da hast du, da hast du die Dings her, der Eisenbrust, Brustpanzer. Stärke 1, Flamme 1 Vorher habe ich mir so verkackt Warum? Weil ich sterbe jetzt immer wieder durch Außer, nee, das ist zu gefährden Okay, da kommt man echt leicht rein Ja, sag ich ja, aber nein Ich bin den Weg, nee Ja, weil ich da oben nicht war, auf dem Berg Bis ich meine Sachen wieder habe, bin ich wieder halb tot